Willkommen zurück auf der Mainstage der Austria Comic Con 2020. Wie gesagt, großartige Sachen, dass wir auch in diesem schwierigen Jahr eine tolle Call kommen können mit tollem Publikum und natürlich mit tollen Gästen und jetzt kommt einer, der mir vorher gesagt hat, dass ich das Saga ausröse, macht's auer. Anyways, have more Julius Grosser! I need to find out the right words, because talking to the straw is better, choosing the wrong words like you like. Very very much. Nah, I'm actually a technical giant. You are, I'm actually the best, I like comfort, you know. I take my flip-flops off and just leave my clothes with my guys in the night. That's okay. I like to be comfortable. And being 175 Kilograms, I have to admit, it's extremely important to stay comfortable, because there's everything worse, you know. Being inside and training is not how long it's good. But you know, I try, I try the best to take my shoes off and just be like, and my clothes will leave, you know, and everything's not. Given that you trained for such a long time, your own success wasn't shredded, was there a moment when you said, okay, now it's enough? I don't know what I want. Or was that never a question for you? I mean, there were, there were, there were times in my career where I felt like, oh my God, my God was a sanctuary. There were moments where I was in so much pain, that is what I was doing, going on a day, training, or like competing, in so many times when I was competing, my brother was a safety, he was, he was just going through so much, you know. Well, I kept going, I kept going, but, you know, I was looking for people. I'm actually, I'm actually retired from someone, so I'm not competing more. Now, I'm focused more on, the next capture, this is going to be unboxing, that's next turn, and a little bit more of a vacuum. So, yeah, I'm excited, I'm excited for that. But, yeah, with the other thing, it comes to a program, it comes to like, you know, when he's talking about, whatever, he didn't do this, he sees everything exactly, he didn't do this, he didn't do this, it's like, it's like, it's not, it's extremely, I don't know, the problem is doing, we come back from, you know, the problem, you know, that's how it is, you know. For me, this is kind of, I love this, I love to hang around, I love doing something that all the people want to do, the people, you know, I mean, beating 200 megawatts, um es ist und um 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 Wir haben hier eine gute Wahl. Und wir haben hier eine gute Wahl. Das ist eine gute Wahl. Okay. So, yes. Ich bin jetzt der Frage, dass ich mich nicht mehr überraschene, dass ich mich nicht mehr überraschene. Ich bin jetzt schon, dass ich mich nicht mehr überraschene, dass ich mich nicht mehr überraschene, und alleine werden die Menschen vertreten. Und im Moment ist es vielleicht ein Mann in einem großen Immobilien. Ich denke, der Mann ist in der Welt normal. Warte ist das... Läden aber auch super. Aber Mann in Mehnدة wird nicht sein. Man ist eigentlich ein Schmäh- We're already close to that a lot of things I think I think we can meet the budget and of course there's no way I can I've been going through the day every morning when we ran the day we got the day I didn't have to play a role in the summer of France and it was but yeah one thing for sure this is so good Das ist eigentlich wirklich cool. Und, um, ich habe, um, was für mich nicht einfach so viele Dinge, aber die Sache die, die ich finde, die schwierigste Idee ist, war das Ihre Diet. Und ich habe mir mit dem, über was ich jeden Tag essen, immer wieder alle Tag. Ich weiß nicht, ob wir sehen, was wir hier sehen, was wir hier sehen. Aber Ihr Date startet mit 8 Ecks, 200 Gramm Ops. Dann 2 Hours later, es gibt 400 Gramm, 300 Gramm of Sweet Potatoes. Again, 2 Hours later, es gibt 400 Gramm of Chicken, 400 Gramm of Potatoes, und so on, und so forth. Dann können wir Prütein geben. 2 Hours later, 1.5 Kilo von Fisch, und so on, und so forth. How? Oh! I mean, je... I mean, in my eating diet, I ate a few years back. My diet has usually changed a little bit for a few years. Also, um, before World Force Band 2018, to give you guys an example, I hit, you know, 6 acts in one, not 8 championships, not so cool. Like, you guys understand, like, you know, I've been competing in these teams for more than, more than a decade. And, uh, through those years, well, those years, I would learn, uh, more about what I call people who are working best at me. Okay. This is 8 acts above my business with bucks. And I would figure out, uh, I need 6 acts, 6 acts, 6 acts, and that's what I need to get the tool that I need from my class and my strength. I mean, I don't know if that's what I need to do, like, I will give you enough energy, and, 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 and to fashion quite big. Das ist eine große Herausforderung. Mit den kleinen Köln, mit dem hydrogen, oder auch mit einem Köln oder mit einem Köln oder mit einem Köln oder was. Wir haben noch ein paar Jahre, also 200,000 Euro in Waffen. Mit dem Köln ist 200,000 Euro in Waffen. Das ist das Ripperstech, der der Leidenschaft von Branden ist. Ich denke, dass wir heute hier haben, dass der Stech ist die beste Pro- und Schreitze. Ich würde es so sagen, dass Ripperstech ein bisschen höher ist. Ich würde es so sagen, dass Ripperstech 500,000 Tage ist extrem schwer. mit meinem Nugenton, mit meinem Nugenton, mit dem ich mich in Hain... ... mit dem All-Exttag, wie ich meine Güte... So, ich würde meinen Nugenton rein, und würde, wie ich mich in YouTube auch in Italien würde, und würde ich mich in drei oder fünf Jahre altes Kürze. Kann ich mich, das ist ein Flüchtlingskirchen, das ist ein bisschen mehrfaches. Das ist das ein bisschen. Aber ich habe eine Möglichkeit. Und dann haben wir eine Möglichkeit. Und für mich, dass, das ist das Problem, dass die Leute in meinem Leben keine Probleme haben. Das ist so. All das war die Zeit, die Leute, 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 und die Fischung. Das ist das Ding. Das ist ein Ding. Ich habe mich gefragt, ob du es sehen, dass du es sehen. Oder du es sehen, dass du es sehen. Ich will, dass du es sehen. Okay. Okay, so this time the way he's driving you, you eat because you eat the fact that he probably needs to be a part of this step later, but because he doesn't like it, like you eat all of them, and he doesn't like the taste. So, what is your favorite food that they eat because the taste is good? So, I actually love some good rice. I'm lucky I do like my food, so lucky I also eat it. That's the best part of me is that I often actually like it. That's the best part of me is that I eat it. Ja. 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 Na蔡 I đo Ja. Ja. Du warst ein Freund. Und ich bin gespannt, wie wir heute haben. Wir hatten eine Chance. Haben Sie versucht? Ich habe versucht. Ja. Ja. Ich habe versucht, mich zu überwinden. Ich habe versucht, mich zu überwinden. Ja. Ich habe versucht, mich zu überwinden. Ich bin knappque Teufalleg Tuorquin, wenn die Ber hazeln. Nein, bitte Sie sind. Thun abzu, bitte Sie. Er ist zu also sehen. Ich weiß nicht, ob Sie okay, wenn Sie Grade. Das ist, ja. Wenn Sie sich jetzt an, press Chirin. Please, there is my phone right in the middle of the box. Wir müssen nachher bitten, bitte zu tun und zu schieben. Gerne, unter die Begegnung der Post. Hey, Dr. Hübsch. Begegnung. Können Sie es dir vorstellen, dass ich mein Begegnung, wie ich es für die Begegnung des Schrieges? Ich sage, ich bin über die Nähe an den Medien und den Verständnis. Ich sage, ich bin über die Nähe an, was ich wollte. Ich bin über die Nähe an zu spätigen. Es ist eine Kürzei-Angeleitung, die 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 Nähe an zu spätigen, in die Nähe an den Medien, die die Nähe an die Nähe an zu spätigen, die die Nähe an zu spätigen. Du bist so gut? Ja. Ja, das ist so gut. Ich bin, wenn ich die Direktor so gerne möchte, es hilft mir. Ich will absoluten, wenn ich meine Güte bin und ich will, es hilft mir. Es ist es, 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 es ist es. Es ist es, es ist es, es ist es, es ist es. Great. Thank you. So. Also, if u know when du so auf Englader hinterm dir, du kannst eure Gedanken an on扮ctor. Was ist eure Hoh-Hoh-Hoh? My name ist es nur ein Fähkö-Strahlitz. Ers Fähkö-Strahlitz. Es ist auch ein Fähkö-Strahlitz. Oh, es ist ein Fähkö-Strahlitz. Du wirst eine Menge von royalen, die ich mich nicht sehen, aber sie können nicht auch ein paar Einflussens, diese Einflussens den jungen Einflussens, aber es ist ein bisschen mehr ein paar Einflussens. Wenn man eine Einflussensweise die Einflussensweise ist, es ist ein bisschen ein paar Einflussens. Wenn man das nicht mehr mit dem Einflussensweise 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 Ich kann mich nicht sehen, dass ich das auch was, was ich in diesem Leben. Ich kann mich nicht mehr sehen, dass ich das auch was, was ich in diesem Leben. Okay, danke very much. Danke, danke. Hallo, meine Damen und Herren von Teeth Weekend. Nummer 1, auf sette ich mich, und wir haben die Frage von Remy of Komme und Osprey. Who was it one of the best friends to give you to work with? I would probably say... Robert. Do you guys remember Robert? Robert? Yeah. Robert? Yes. It was kind of like... I mean, I remember a lot of people... all super-groupers just need to know all super-groupers. But... I mean, it's... You know, especially in the United States, we're doing the focus on spotting... Not spotting, but... We're going to show you what you need to prepare for your adventure. And you just walked through a joke around... Yeah. Yeah. You've probably... He's just quite familiar... And... He wants to go... He basically... He lives in his poor bones... Like... He wants to go... He wants to go... And I want to go after... Spanish... A few weeks with him... On his poor... A few weeks with him... 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 And... If you... ...as a private ghost... Who would choose... For the matter of the place... Who would choose a house... Who would just still build a lanris今回... Who would be choosing a new house? And... Other line... If you, as a private ghost... Who'd choose... The matter of the truth... ... Who would choose a house... Who would still... Who would still build a lantern... Who would still be a lantern... Who would choose a living house... And... I would find a horse... No... Mas... An encountered 5-2 hearts. Aber ich denke, dass ich ein bisschen einen schaust. Ich glaube es ist sehr wieder aufkommen. Und ich denke wir hier auf einem Frontier-Blochen. Ich denke es ist ein bisschen mehr so... Ich denke es, ich denke ich. Ich denke ich es, ich denke ich mein ganzes Problem. Vielen Dank! Die Frage! Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Siru, Siru, and I know only in your groups, I'm, 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 I Es ist eine Frage, wer nennt es an der Volksperiere, wo es hier ansteht, wurde ja auch ein Schauspieler, das ist ein Schauspieler. Und hätte gerade die Jüngerinnen und Schauspieler eine Werke, die sie jetzt auch noch in der Brau machen können. Vielleicht haben sie einen Schauspieler, einen Schauspieler, oder eine gute gute Genre. Ich meine, ich denke, die BAD, die Gäste, das wäre mein Charakter, Ich habe es um einen schönen Tag genommen. Ich konnte es nicht mehr, sondern man hatte die Nase den ganzen Tag. Ich bin kein Problem. Dann, alle Leute, alle in der Höhe, alle in der Höhe, alle in der Höhe, alle in der Höhe, alle in Höhe, alle in Höhe. Die Leute sind so richtig, alle in Höhe. Also alle, alle in Höhe, alle in Höhe, alle in Höhe, alle in Höhe. Vielen Dank. Absolut, das ist auch sehr schön, wenn du auch vor allem leitest, wenn du auch vor allem vor allem vor allem vor allem vor allem für mich geschehen. Danke. Der Herr Hütter, kannst du uns darüber sprechen? Ja. Der Herr Hütter, der Herr Hütter, der Herr Hütter und der Herr Hütter, war gegen die Klassikaschen, die wir auch machen. Ich stehe dir da dazu, oder ist es uns auch hierhermäßig, oder findet er das wesentlich wichtig, dass das bei Ihnen auch hierher zu sein? Ich fand es, auch immer Leute. Machen Sie, ich fand die Meistische Stoffflutz. Machen Sie ein paar Mal. Und Sie wollen auch wissen, ob sie diese Klassikaschen haben, oder sie sind ein Sch Es gibt also, dass sie eine andere Klassikaschen haben, und sie oder sie sind nicht so großartig. Die sollen die Fühlen gehen und die Fähigkeiten? Ich habe einiger Zeit mit meinem Besten. Ich habe es etwas, was ich zu tun. Ich habe es versucht, mich zu haben. Ich habe es versucht, mich zu haben. Wenn ich mich zu haben, war es war, und ich habe es versucht, dass ich mich zu haben. Ich bin mir ein bisschen bewirrt, weil ich mich zu befreuen, ich bin mir ein bisschen mehr und ich bin mir dabei, . Cool. Thank you. Hallo, ich bin Ernst, ich war in der Zwischenzeit von der letzten Zwischenzeitung von Game of Thrones. Was ist Ihre persönliche Opinion von der letzten Zwischenzeitung und von Game of Thrones? Ja, ich bin froh, dass sie sich in der Zwischenzeitung der Zwischenzeitung von Game of Thrones. Ich bin froh, dass sie sich in der Zwischenzeitung der Zwischenzeitung der Zwischenzeitung von Game of Thrones. Aber als Einath Chang auseinander müsste, in der Zwischenzeitung die Zwischenzeitung des Zwischenzeitung aufgenommen. So, ich kenne mich nicht die Zwischenzeitung der Zwischenzeitung des Zwischenzeitung. Ich weiß nicht, dass ich es nicht mehr so gut, dass ich es nicht mehr so gut tun. Aber ich weiß nicht, dass ich es nicht mehr so gut, dass ich es nicht mehr so gut. Ich weiß nicht mehr, dass ich es nicht mehr so gut tun kann. Und das ist die Frage, die wir heute haben, Ah, ha, ha. Because all the people who do you get to your day, you know how to work. Because yesterday we all talked about the NBA Play. And I said if you could rewrite the NBA that would show you what would change. And you said that I would give you three weeks. I said you would have to come home. So is there, even if there's a tiny detail, something, what did you come up with? Do you guys remember when I was five people at home and they ended in this generation? And I was like, exactly, there was a Hawaiian literature, there was one, 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 two, one. There was a paper chapter, there was a Hawaiian bubbles. One thing I wanted to ask is that I tried to find out, and I said, the mountain would see, I'm going to get the first year, into the happy place, and try to press, and then the mountain would be supposed to go on with his bare hands. And this is the promise. And he would be cheeky and rude. Great. Great. Okay, one last short question for you. Many students don't think if you wanted to get a bronze paper, or is this maybe a twelfth? A little bit. A little bit. If you were familiar with, for example, Sagittà, Hannah and Sagittà, and I appreciate you changing everything. That's my word. Absolutely. Thank you. Thank you. Thank you, thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Ich habe eine Frage, was die Lieblingsbewegung ist? Und dann? Ice Candy Back. Mein Lieberes, Ice Candy Back. Siegel. So, wie ein Ritz? Ja. Okay. Danke für die Beobachtung. Danke. Danke. Hi, Paolo. Hallo. So, dein Name ist perfekt. Du bist auf Österreich. So, ich hoffe, du geniht ihn. Und meine Frage ist eine andere Frage. Kann du die Beobachtung von der Lüse? Sorry, du hast eine Beobachtung von der Lüse? Beobachtung von der Lüse? Nein. Ich habe einen Dramatischen. Ich habe einen Dramatischen Dramatischen Dramatischen. Ich habe einen Dramatischen Dramatischen. Danke. Ja, wir werden uns in den nächsten Jahren wiederholen. Ja, wir werden uns in den nächsten Jahren wiederholen. Ja, wir werden uns in den nächsten Jahren wiederholen. Okay, und so, wenn einige Leute wissen, dass es morgen wird, wenn Sie zwei Kinder machen, werden Sie diese Rekord wiederholen? Ich glaube, wir haben die Rekord wiederholen. Ich glaube, wir haben die Rekord wiederholen. Danke, danke. Danke. Danke, danke. Wir werden uns in den nächsten Jahren wiederholen. Immer ganz schnell, zufrieden, wie möglich, ja. Okay, so, in der Beginn, wenn Sie die Herausforderung vorgegangen sind, habe ich gesehen, viele Blogger, die Leute, 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 nicht nur gerne, die Leute, die Leute, die Leute, die Leute, die Leute, die Leute, und so, die Leute, die Leute, auch alle Problem-res disrespect, davon Dinge die Leute, die Leute, die Leute, war die습니다. Was heißt, das ist ein Feier, wie viele Leute, die Leute, das sind extremste etab��igt Letter��abend? Ich kann mich sehen, dass ich vielleicht 160 Jahre alt bin. Ich habe mich nicht mehr als 15 Jahre alt. Ich bin ein paar Jahre alt. Ich bin ein paar Jahre alt. Aber ich bin ein paar Jahre alt. Ich bin ein paar Jahre alt. Ich bin ein paar Jahre alt. Ich habe nicht mehr für mich gemacht. Ich bin ein paar Jahre alt. Das ist ein paar Jahre alt. Ich bin ein paar Jahre alt. Es wurden 501 Jahre alt. Es dauert noch viel Zeit, zu tun mit den Eindruck zu bauen. Ich sage es, auch mal. Vielen Dank. So, um, ... ... ... So, sadly, ... 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 Vielen Dank.